der komischte minecraft spieler was geht leute ich bin auch da ich bin auch wieder minecraft spielen und heute sind wir wieder in minecraft und leute wir haben seit 13 tage habe ich kein minecraft aufgelassen es wird wieder zeit das problem ist ich habe hier ein format in dem format geht es darum dass ich und um und minecraft durch spielen wir schaffen es aber jedes mal nicht und letztes mal gesagt dass er kein bock mit minecraft durchzuspielen das war das letzte mal ich versuche immer jetzt ein bisschen zu überreden vielleicht können wir doch ich bin vielleicht hat er ein server oder sowas mal gucken hallo ich weiß du hast letztes mal gesagt wir spielen nicht mehr minecraft durch aber wir müssen oder die zuschauer wollen die wollen ist aber ich bin alleine machen ja ich komme auf den server so ich bin schon drauf bruder ja also es wird sagen direkt ich war nicht viel fangen direkt an so ich habe auch sehr viel dazu gelernt diesmal ist mir egal ich werde alles zerreißen diesmal ich bin ohne probleme minecraft durch digger ist mir egal ja machst du bestimmt wieso sagst du bestimmt glaubst du nicht daran ich glaube einem gar nichts mehr lass einfach mich und meine leute in ruhe und mach deine sache was für deine leute lass uns einfach in ruhe wir sind wir leben hier im trieb was heißt hier im gröchel scheiß drauf wenn du irgendeinen dort siehst lauf einfach weiter ich habe aber eins gefunden gerade ich habe mir eins gefunden wo ich gespaut bin ich gehe da jetzt hin gleich sondern du kannst nicht ein in einem minecraft server in einem spiel etwas für dich beantworten das geht ja ok kann machen ich gehe ich gehe einfach anders hin so ich seh den dorf bruder du hast das dorf genommen wo es genau beim spawnen ist bruder natürlich bin ich das so aber hier warum ist jeden faschisten haus ein bild von dir ich brauche brot digger was machst du da wir spielen doch ganz normal digger okay ich gehe ich gehe ich gehe oh mein gott alter ist ein problem aber warum hast du überall bilder von dir drinnen eine regel was besagt denn diese regel was ist diese regel wenn jemand hier wollen will der hausbewohner muss ein foto von mir zu hause haben ja ok und wenn das haus zum beispiel brennt müssen die nicht die hauswerten sondern die foto warte mal willst du mich verarschen wenn ich in deinem haus in deinem dorf lebe und ich bin in deinem haus ich habe ein bild von dir drin wenn das haus brennt soll ich nicht auf mich gucken sondern auf dein foto du bist doch krank alter so leute ich habe mich jetzt kurz stumm geschalten ich warte jetzt einfach ab bis es dunkel ist dann gucke ich mir das mal genauer an alter sollte mich langsam auf den weg gucken um zu gucken was er da am schilder führt mein gott was geht denn hier ab halt die zombies kamen da gerade auf jeden fall ich schau mal ein bisschen was ist das was ist das der gar warum ist hier so viele ich muss fach alter ich lass mich mal schauen ein bisschen muss doch irgendwas geben was ich nicht gesehen habe hier auch schon wieder bilder von dem weg überall oder was ist ja was machst du da bruder was machst du da was drehst du den armen den armen der lebt noch oder so machst du dein essen ja ich habe den ofen mitgenommen okay okay hier hier du kannst du nicht auf den schwein lebt noch der du kannst du nicht brab die dorf bewohner tun mir echt leid hier ja meine mission wird es jetzt sein digga diese armen dorf bewohner alle von seinem dorf zu retten das kann nicht sein guckt euch diesen tyrannen an digga befreit jetzt alle ja und ich mache nichts ja ich gucke mir mal deine dorf bisschen ich muss ich muss warte ich schicke ich helfe raus ich helfe das foto er ist doch am sterben bruder ich hab's digga alles gut ich hängst an anderes haus auf wie geht dieser typ in dem spiel und dieses foto hier mit dem vor hier so ich habe jetzt einige dorf bewohner gerettet alle raus ihr seid alle frei raus 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 alle frei geht 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 seid nicht dankbar alles gut geht 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 ihr seid alle freien menschen jetzt vielen danke ich weiß ich weiß ich habe einiges für euch getan aber ihr könnt gerne gehen guckt mich nicht an guckt mich nicht an die sind alle frei ich gehe jetzt zu meiner truhe einfach ich glaube da wo ich meine truhe von hatte da brauche ich eine base hin was ist das denn meine sachen sind aber was ist das denn das bin ja ich ganz genau weil ich euch gerettet habe wirklich jetzt ihr seid mir so dankbar was ich werde eure freunde doch alle retten wartet passt auf ich rette die alle jetzt die sind mir dankbar ich komme jetzt in dein dorf wir müssen reden treff mich mal bei diesem ganz hinten in diesem schlosshaus im steingebäude geradeaus von deiner base trifft mich dort da sind zwei stück wäsche das ist das hintere das hintere geht da rein warte auf mich bin da drin gleich warum redest du es auf einmal so geht da rein einfach alles gut ich habe dir gesagt meine rache wird kommt für die dorfbewohner okay ich weiß dass die anderen dorfbewohner befreien gehen wo sind denn die dorfbewohner keine menschenseele wo sind denn die ganzen dorf was ist das denn was ist das um uns ballast was ist das hier und wo sind die ganzen hueliger ich höre doch die dorfbewohner ich habe irgendwie was gehört oder eine bestige ich habe ich habe was gehört die moment mal riesen überall keine dorfbewohner aber man hört sind die bei dem drin ich werde die befreien digga du wirst sehen du spielst also mit diesen fallen sachen und so ne werden wir sehen jetzt werden wir sehen ich muss mir einen plan spielen wie ich diesen wäscher wie ich den dorfbewohner bekommen kann digga was ist das denn hast du das gemacht was willst du von mir digga ich komm doch du musst aufhören damit digga das ist nicht mehr spaßig digga was hast du gemacht was hast du gemacht du bist eine befreie ne guck da hast du das ding doch wie kann man ja aber du tötest mich wenn ich ihn befreie ja ok ich bin so guck hier ganz normal ich mach gar nichts wow ja du kleiner hund digga oi 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 red um dein leben ja leute es tut mir leid ja ich konnte heute nicht mehr befreien wartet ab digga wartet 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 ihr werdet schon sehen wow was machst du dir digga geh mal weg geh weg alles gut geh weg ich mach auf er hat das mikrofon aufgegessen chat er hatte das mikrofon wirklich jetzt gerade eben waren das waren 20 cm im arschloch schon moment nicht reinkommen aber warte ha hey hör zu dig hör mir ganz genau zu wieviel diamanten willst du dass du mich in ruhe lässt sagt mir ich geb dir diamanten kein problem was willst du denn die dorfbewohner ich kann die töten ich töte die was machst du jetzt hab ich auch waffen es reicht mir ich komm jetzt in ein verficktes dorf und befreie jeden nicht warte was war das nix häh häh er hat irgendein rollstuhlfahrer umgebracht ganz kurz bruder wie random bruder häh aber wie random da auch einer war das macht ja gar keinen sinn oder junge einfach ein buch bruder schr da guckt euch das an Warum hat er ihn umgebracht, Berkulia? Sofort. Renn. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Hier, hier. Nein, 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 nein. Was machst du? Nein. Habe ich euch schon sonst gerettet? Nein, was macht ihr? Hier, 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 hier. Alle sind ges... Brot, ich habe selber keinen Bock mehr. Für was habe ich die gerettet die ganze Zeit? Für nix. Für nix habe ich euch gerettet. Für nix habe ich euch gerettet, ihr unterbaren Hunde. Reicht mir mit euch, ja? Reicht mir mit euch, ja? Leute, Omo ist weg. Ich bin so sauer auf dieses Spiel. Ich bin so sauer. Alles habe ich umsonst gemacht. Ich versuche jetzt einfach selber noch irgendwie das Spiel durchzuspielen. Normalerweise, ich bin immer voll Empathievoll. Ich will immer für alles Gerechtigkeit. Sogar für Dorfbewohner in dem Spiel, Digga. Aber jetzt... Lauf nicht weg von mir, Digga. Ich kriege aggressiv. Lauf nicht weg von mir. Kleiner... Ja, Bruder. Und ich habe ihm gesagt, er soll sich raffen. Weißt du, wie ich meine? Aber er wollte nicht hören auf mich, Digga. Es ist wirklich so random in die beiden Minecraft-Spielen. Und ich habe ihm gesagt, er ist wirklich so random in die beiden Minecraft-Spielen.